moin leute und willkommen zum nächsten video heute habe ich für euch eine richtig geile strategie mitgebracht ist ein bisschen ausgefallener wir haben ein paar indikatoren dabei ihr braucht dafür drei bis vier den einen indikator könnt ihr danach träglich auch wieder rausschmeißen der ist am anfang nur damit wir auch die richtige session erwischen das heißt wir fangen direkt an mit den indikatoren was brauchen wir dafür und zwar wir haben hier mal links oben an einmal market sessions das heißt wir geben hier einmal ein market sessions das ist dieser hier von boitoki den nehmen wir einmal dann brauchen wir einmal brute force brute force zack ja ist ein neuer indikator tatsächlich den gibt es noch nicht so lange könnt ihr euch hier einmal einladen auf jeden fall kostenlos richtig geil dann brauchen wir einmal den awesome oscillator den von tradingview den ganz normalen und ganz zum schluss noch den stc also den stc indikator bettamecd den nehmen wir uns auch noch einmal rein das heißt das sind unsere indikatoren falls sie jetzt nur die testversion habt und ihr sagt okay ich kann nur drei indikatoren einladen dann lasst ihr die market session weg bzw die müsst ihr euch dann am anfang einmal einladen ihr seht schon im hintergrund hier ich habe dort nur tokyo session aktiviert wir ändern jetzt einmal kurz die einstellung für alle indikatoren das heißt bei market sessions lassen wir hier nur die tokyo session drin dann den brute force den ändern wir auch einmal da gehen wir einmal kurz rein und machen wir hier bei den ema's ihr seht schon hier wir haben hier ema 2 2 das ist ja einmal die 50er und wenn wir dann bei stil oben reingehen dann machen wir hier einmal die 1er raus das heißt die achter ema brauchen wir in dem fall nicht die packen wir einmal raus und lassen die ema 2 drin dann habe ich hier noch die farben geändert in grün und rot und im endeffekt ist das einfach nur ganz normal die 50er ema das heißt daher den haben wir einmal abgeändert dann gehen wir einmal in den stc rein den lassen wir komplett clean so wie er ist so wie bei mir hier auch genauso wie den awesome oscillator da braucht ihr auch nichts ändern also das einzige was erinnern muss ist brute force und market session die beiden ändern die einmal dann kann ich das ganze hier auch wieder ein klappen dann können wir das ganze ein bisschen besser erkennen sowie trainiert das ganze jetzt ihr seht schon hier sind so kleine rockets also geiler indikator ist schön hier dargestellt mit so emojis die train wird tatsächlich auch ich bin hier jetzt im fünfminuten chart ich switch mal im einminuten chart weil man kann das ganze nämlich auch im scalping betreiben und da gucken wir uns die tokyo session an ihr seht schon hier von heute ist das hier die letzte tokyo session das heißt ich habe mir hier nichts ausgedacht sondern wir gucken uns das ganze mal an wie wir das traden also das erste was wir machen wenn ihr jetzt sagt ok tokyo session muss ich danach ja wieder ausblenden dann könnt ihr auch gerne euch eine linie einzeichnen und sagen okay das war das top von der tokyo session und das war der botten von der tokyo session sowie trainiert das ganze jetzt ganz ganz leicht passt auf also das sieht erstmal nach vielen indikatoren aus sind es aber im endeffekt gar nicht weil ich habe das alles so abgeändert dass die farben soweit passen eure candles werden vermutlich auch noch grün und rot sein deswegen passt es dann noch besser das heißt wir warten jetzt erstmal auf dem break hier haben wir den break nach oben das heißt das hier war unser unser break dann brauchen wir zu dem break einmal eine rocket mit einer candle die rocket muss da drunter sein so wie hier das heißt das ist unsere bestätigung und hier unten muss beides grün sein achtet einfach darauf dass beides grün ist und dann passt es soweit wenn jetzt nicht beides grün ist dann habt ihr vielleicht nicht das beste signal dort erwischt aber denkt daran indikatoren sind nicht alles wenn ihr nach dem move gesagt alles klar heute ist hier ein long day dann habt ihr damit vermutlich recht deswegen also wir traden alles grün 1 2 3 sachen guckt ja von oben nach unten einmal durch alles grün die rocket ist am start wir haben den break out aus unserer trendlinie und dann geben unseren trade ein wo gehen wir den trade ein wir gehen entweder hier oben direkt rein und machen dann unser stop loss minimum dann jetzt unter die candle weil die candle ziemlich groß war und dann lassen wir das ganze laufen natürlich ist das jetzt hier ein bisschen blöd gelaufen weil hier die candle so extrem groß war aber trotzdem funktioniert das ganze trading hier weil wenn wir uns das ganze hier mal anschauen dann seht ihr schon alles klar zack 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 das ding lief und lief und lief und lief was von risk reward geben wir da das hängt immer ganz davon ab wie euer risikomanagement aussieht aber bei der strategie könnt ihr auf jeden fall wenn ihr wirklich auf euren breakout wartet und so weiter werdet ihr nicht so viele signale haben deswegen könnt ihr da ruhig den trade dann auch mal länger laufen lassen als beispiel habe ich jetzt das hier genommen und ihr seht der trade hat super funktioniert aber wir sehen hier unten ist noch eine rocket das heißt ihr hättet auch sagen können okay nach der nächsten rocket gucke ich mir das signal auch wieder an weil wir müssen halt über dieser linie wir müssen halt auch oberhalb sein macht Sinn das ist die ema wer meine videos kennt der weiß okay ema's traden wir alles was da drüber ist gehen wir long alles was da drunter ist gehen wir short im endeffekt hier war es genauso und wir haben hier auch einen schönen retest gesehen auf unser area hier vorher wenn wir das jetzt noch mit supply demand kombinieren würden dann hätten wir ja hier eine area gehabt und die haben wir komplett hier nochmal angetestet und von dort aus ging das ganze wieder long hätte man natürlich auch von da long traden können indikatoren jetzt sagen nein also train was von dort aus auch nicht sondern wir warten hier auf diese rocket und die zeigt uns quasi an dass hier wirklich bullisches movement am start ist das heißt von dort aus können wir jetzt wieder sagen alles klar mit dieser bullischen kennel hier gehen wir long und unser stop loss packen wir jetzt wirklich dann ja ihr könnt es da drunter packen ist dann wirklich sniper entry mäßig unterwegs auf dem 1 minuten chart aber wenn wir overall wissen alles klar heute war aus der tokyo session der break richtung long wir traden auch richtung long dann könnt ihr auch sagen okay ich bin mir ein bisschen unsicher ich habe mein stop loss hier unten hin aber in dem fall hätte ich tatsächlich jetzt gesagt wir haben da schon eine winning position die gerade läuft das heißt wenn wir da noch reingehen wollen dann können wir ruhig sagen alles klar ich habe mein stop loss hier mal ein bisschen so sniper entry mäßig dorthin wir hatten hier auch einen retest und das ging hier dann weiter nach oben und ihr seht schon das ganze lief dann den tag über auch jetzt nur nach oben das heißt ihr habt ihr big big profits mitgenommen und es lief und lief und lief also dieser tag hier war echt crazy und das nach dem tokyo session breakout sozusagen das heißt wir traden hier wirklich den tokyo session breakout natürlich kannst du jetzt hier nicht sagen okay den ganzen move hier weiß ich das 10 zu 1 krieg easy hin werdet ihr nicht hinbekommen ist aber auch gar kein problem schaut dass ihr minimum 2 zu 1 hinbekommt bei der strategie 3 zu 1 und dann seid ihr auf jeden fall profitabel am start aber ihr könnt natürlich auch sagen okay beim 2 zu 1 nehme ich die hälfte raus und den rest lasse ich laufen bis zum 5 zu 1 oder so das funktioniert bei dieser strategie sehr gut aber ihr müsst daran denken der markt hat drei varianten wie er laufen kann entweder wir haben so einen schönen breakout wie hier dann läuft der tag schön in eure richtung oder wir haben dann einmal ein breakout nach unten und der markt läuft nach unten in eure richtung oder die dritte variante wäre dann dass der markt einfach seitwärts läuft und euch nach oben und nach unten mit fake outs einfach in trades rein holt das müsst ihr natürlich selber ein bisschen mit erfahrung und so weiter lernen aber sobald ihr das drauf hat und ihr wisst okay heute wenn das und das passiert dann habe ich hier meine bestätigung dass heute der tag long ist oder dass der tag short ist dann könnt ihr dort positionen eingehen das heißt so funktioniert die strategie wir können auch gerne nochmal einen tag davor gehen das heißt wir gehen hier einmal nach links hier haben wir wieder tokyo session das heißt wir machen das ganze jetzt nochmal wir zeichnen uns hier unsere linien ein einmal da oben einmal da unten zack das wäre unsere tokyo session wir warten auf den break der tokyo session den haben wir hier bekommen aber keine rocket das heißt da gehen wir den trade auch nicht ein dann sehen wir hier eine kleine rocket aber diese rocket ist eher für ein short signal da wir da wären wir sowieso nicht reingegangen wir wollen ja auch hier drüber die linie muss grün sein alles muss grün sein ist nicht der fall gewesen das heißt der breakout hier war tatsächlich ein fake und mit den indikatoren habt ihr sogar erkannt okay das war hier nicht genug movement nach oben hier war keine long position machbar zumindest nach unserer strategie nicht und dann haben wir hier unten aber den nächsten breakout und das war wieder unser breakout also wieder perfekt wieder ein richtig gutes signal schaut euch wieder diese riesen candle an wo ihr wisst alles klar das hier ist wirklich ein heftiges breakout stop loss dann hier unten drunter und guckt euch an die kerze hier hat eine rocket also schöne rakete dann die moving average hier ist grün hier unten der ist grün und der ist auch grün das heißt alle unsere indikatoren sind komplett grün versuche das jetzt so leicht wie möglich zu erklären ja also rocket grün 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 und dann let's go up in den trade und dann kann man das ganze ding wieder laufen lassen und ihr seht schon auch bei diesem trade hier hätte es geklappt und man hätte hier oben ja easy in 5 zu 1 mitnehmen können easy ist immer so leicht gesagt aber das wäre machbar gewesen und wir hätten hier sogar noch mehrere trades aufmachen können das heißt selbst wenn ihr den trade jetzt hier mitgenommen hättet und hätte gesagt okay ist mir alles zu risikoreich ich gehe hier vielleicht für ein 1 zu 1 so zack und ihr seid wieder raus aus dem trade kann ja gut sein dass ihr dann euch nicht so sicher wart dann habt ihr hier aber euer nächstes signal das heißt spätestens da könnt ihr ja nein keine short position wir wollen eine long position aufmachen eine neue long position aufmachen ich würde das stop loss aber nicht so knapp hier drunter packen also das letzte swing low also das hier muss schon sein vielleicht sogar ich pack die die position hier nochmal weiter rüber vielleicht sogar das hier also entweder das swing low oder das swing low müsst ihr schauen wie gut ihr mit eurer strategie fahrt ich denke mal dass das hier eine gute wahl wäre weil da unten wäre dann schon wieder nicht bullisch also sobald wir hier drunter gehen bilden wir ein neues lower low also würde ich das als stop loss hier nehmen in dem fall und dann hätte ich da den trade aufgemacht seht ihr mal wie schnell das geht hier direkt ein 2 zu 1 wäre das hier gewesen zack so und da habt ihr euren 2 zu 1 das heißt da habt ihr wieder direkt euren trade gewonnen dann gucken wir weiter nächstes signal hier wieder eine rocket da wäre unser entry hier unten wieder beides grün komplett stop loss und das letzte swing low take profit wieder minimum 2 zu 1 zack den trade hätten wir auch laufen lassen können bis da oben ja perfekt hätte auch geklappt das heißt 1 2 3 trades an dem tag richtung long hätten super funktioniert und das einzige was wir machen das ist wirklich easy wir gucken einfach nur tokio session breakout und rein in den trade es ist nicht kompliziert ihr werdet hier aber auch keine 100 prozent rate haben das vergesst mal gleich wieder das hier sieht gerade schöner aus als es ist das waren jetzt zwei tage zwei tage könnt ihr nicht als als referenz nehmen ihr müsst das ganze wirklich mal minimum monat testen und dann könnt ihr sagen alles klar die strategie ist sehr sehr gut oder sehr sehr schlecht aus meiner erfahrung läuft die strategie auf jeden fall sehr gut das heißt ihr könnt ihr gerne so nutzen also ich werde das auf jeden fall mal auf meinem live account auch mal damit trades öffnen aber ich bin damit noch ein bisschen vorsichtig weil momentan sieht es noch zu schön um wahr zu sein aus weil die trading strategie wirklich sehr sehr leicht ist aber falls ihr bock habt und ihr sagt jo das ist die strategie die möchte ich verfolgen könnt ihr mit supply demand auch noch kombinieren dann ist natürlich die winrate dann deutlich besser marktstruktur vielleicht auch noch ein bisschen mit einbinden versucht einfach eure strategie so perfekt wie möglich zu machen das heißt nur weil ich jetzt hier die indikatoren habe und meine signale heißt es nicht dass die strategie schon perfekt ausgereift ist sondern ihr müsst erfahrungen mitbringen und dann könnt ihr damit auf jeden fall erfolgreich in zukunft trade falls ihr euch noch keinen account gemacht könnt ihr gerne bei vantage vorbeischauen der link ist in der video beschreibung einer der besten broker wo ich momentan am start bin ich finde ihn mega geil hat geringe gebühren ihr könnt damit allen sachen überweisen aber link ist in der video beschreibung ihr kriegt auch eure erste anzahlung und direkt nochmal einen bonus oben drauf nein den bonus könnt ihr euch nicht direkt auszahlen der dient einfach dazu dass ihr mehr kapital habt und nicht direkt einfach komplett ja weil ihr risikomanagement nicht richtig im griff hattet dann einfach wieder verlieren könnt das heißt die geben euch einen kleinen puffer mit und dieser puffer wird aber wieder abgezogen sobald ihr euer geld auszahlt aber das ist ein anderes thema ansonsten lasst gerne ein abo da wir haben halt die tausend abonnenten voll also richtig krass ist ein klick für euch und ganz viel liebe für mich wirklich also ich danke euch allen und lasst gerne ein like dann kommentar ob es euch gefallen hat und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video bis dahin haut rein ciao ciao